Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Turok. Wir sind immer noch in Level 7, das verlorene Land. Ich habe da hinten Schrotmunition gesehen, das ist aber zu weit von hier aus. Ähm. Da ist ein Leben. Keine Gegner, das ist doch verdächtig. Das ist alles sehr verdächtig. Kannadwerfer-Munition, okay, gut. Und dann holen wir uns hier noch die Schrotmunition. Explosive. Und wenn wir hier zurückgehen, gibt es einiges an Leben, die wir noch mitnehmen könnten. Das auch wieder... Was war das? Wurde ich getroffen? Schießt irgendwo? Einer? Äh, auf welchen muss ich? Auf den? Ich glaube zumindest. Äh, ist da unten noch was? Da ist eine Tech-Rüstung. In der Tat. Zehn. Da drüben ist auch noch mal was. Hä? Müssen wir durch die Lava? Wenn ja, dann würde ich aber... Vorhin eigentlich schon ganz gerne die Tech-Rüstung holen. Da kann man hoch. Da hinten war doch auch noch was. Hier ist ein Rucksack- und Schrot-Munition. Das ist auch gut, aber... Wir können auf diesen Flock da springen. Da war aber nur... Die Tech-Rüstung. Ja, seht ihr hier? Da drüben ist noch mal was. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, was ich hier tue. Scheint mir ziemlich dumm zu sein, aber... Naja, wir verlieren nicht so viele Rüstung. Oh. Das hier ist Wasser. Wow. Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das wäre das allerletzte, womit ich gerechnet hätte, dass hier Wasser ist. Aber hey. Es ist so. Es ist in der Tat so. Wo kommen wir hier raus? Meine Güte. Hä? Ja, Tatsache. Man kriegt hier einfach keinen Schaden. Das ist ja der Wahnsinn. Woher soll man das denn wissen? Spiel. Woher soll man das wissen? Und wo sind wir? Chronozepter-Teil. Wir mussten das tun. Das war nicht mal optional, das Ganze, was wir jetzt hier gemacht haben. Das können wir nicht mal mitnehmen. Dammit. Nein. Das vibriert so ein bisschen. Das vibriert aber auch. Ich sehe keinen Anhaltspunkt. Scheiße. Nun gut. Was soll's? Wir haben es geschafft. Wir haben das... Wir haben schon mal das Chronozepter-Teil. Das ist die halbe Miete. Das ist das, woran ich in der Regel immer am längsten habe. So, und nun? Ach so. Okay. Gut. Und jetzt du. Nein! Ah, shit. Fehler gemacht. Kann ich auch nie Bunny hoppen wie in CSGO. Ach du räudige Kacke, ey. Ach, meine Nerven, ey. Die liegen echt blank, ich sag's euch. Das Timing ist hier super wichtig. So, das hätten wir. Jetzt keinen Mist machen. Die Plattformen werden dünner, glaube ich. Naja, das ist... Das ging nicht. Was war das? Ich hab nicht das Gefühl, dass ich den Sprung schaffen kann. Doch, jetzt. Ich hab richtig dick Herzrasen, Leute. Den letzten Sprung will man halt einfach echt nicht versemmeln. Ach. Und es geht weiter. Soviel zum letzten Sprung. Ja. Nope. Ich glaube nicht. Ist er tot? Nee. Jetzt ist er tot. Äh, wo sind die Heckpfeile? Haben wir, glaube ich, schon eingesammelt. Wahrscheinlich, dass ich den ersten Schuss abgefeuert habe. Und es war total waste. Ne? Ist immer so. Ach, da unten sind schon wieder welche von den Dingen. Ach. Na, fantastisch. Da wäre ein voll Leben, das wir nicht brauchen. Irgendwie das dritte oder so. In Folge. Und Halleluja. Ja, ich möchte hier speichern. Dankeschön. Oh mein Gott. Aber gut, meine Lieben. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselteil. Wir sehen uns hoffentlich dann in den nächsten Episoden hier wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Ich muss mich beruhigen. Euer Noahsgate. Ich muss mich beruhigen.